Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, ich bringe euch heute meine Nostalgie-Waffe mit. Bedenkt bitte, diese Waffe war meine aller 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 erste Explosiv-Waffe. Bedeutet, sie hatte als allererstes kugeln, explodieren und verursachen 20% mehr Waffenschaden. Sie ist noch kurz nach der Beta gedroppt. Das heißt quasi, nach der Beta hatte ich ja mit dem LP-Char noch mal vollkommen neu angefangen fürs LP. Und sie war die allererste Waffe, die ich im LP gedroppt habe, die quasi Explosiv hatte. Und damals waren Explosiv-Waffen halt, egal in welcher Hinsicht, immer das Nonplusultra. Aber dementsprechend, es ist meine allererste. Und ich habe sie auch seitdem. Also sie ist schon eine uralt Waffe. Deswegen sind auch die Perks nicht ganz so optimal fürs Unterhebelgewehr. Aber es ist halt immer noch eine Nostalgie-Waffe. Sie ist immer noch eine sehr okaye Waffe. Sie wird aber jetzt nicht ein wendiger Koloss oder eine Mutti vom Himmel holen im Solo-Gang. Aber sie kann trotzdem noch relativ viel Spaß bringen. Gut, was kommt denn daher? Wir haben einmal vierfach. Das heißt, wir haben 20 Schuss Magazinkapazität. Normalerweise 5. Könnte man sich jetzt streiten, ist es cool, ist es nicht cool. Weil, wie gesagt, man muss jede Kugel einzeln nachladen. Zeigen wir dann gleich auch nochmal. Wir haben einmal Explosiv. Das ist das Einzige, was wirklich sehr gut ist auf dieser Waffe. Und Schadensresistenz beim Zielen ist jetzt auch nicht so. Und ja, ich habe auch andere Unterhebelgewehre, die schon deutlich besser sind. Aber, wie gesagt, das ist halt eine meiner Nostalgie-Waffen. Die werde ich auch nicht austauschen. Ich hatte auch schon eine Junkie mit Explosiv und weniger Watzkosten. Wäre natürlich deutlich besser. Aber hier geht es mir um den Nostalgie-Faktor. Dementsprechend, diese wird auch noch in 2, 3, 4, 5 Jahren später immer in einer Kiste liegen. Und auch nochmal zwischendrin benutzt werden. So, was habe ich denn jetzt drauf gemacht? Ich habe einmal gehärteten Verschluss drauf gemacht. Macht jetzt keinen Unterschied gerade zu Ultrazit. Ist okay. Man könnte sie jetzt auch auf Ultrazit setzen. Wie gesagt, ist aber eine Vierfach. Das heißt, man braucht halt ein bisschen mehr Schaden. Denn halt, um sie wirklich auf Ultrazit spielen zu können. Gehärtet macht aber an und für sich genau denselben Schaden. Wie jetzt halt auch Ultrazit. Dementsprechend ist es egal. So kann ich halt nochmal ein bisschen 45er verschwenden. Im Normalfall. Ultrazit, ja, ist immer so eine Sache. Kann man jetzt auch machen. Gerade das Unterhebelgewehr hat auch noch einen sehr hohen Grundschaden. Dementsprechend unterschiedlich. Ich behalte meine aber gerne auf dem gehärteten Verschluss. So, dann haben wir justierten, verlängerten Lauf. Ja, gut. Ist an und für sich. Nur damit der Lauf halt ein bisschen länger ist. Dann haben wir einen wuchtigen Kolben. Um Nahkampfschaden mit drauf zu kriegen. Wenn wir Nahkampfschaden mit auf eine Modifikation mit drauf kriegen. Kriegen wir halt auch nochmal Haltbarkeit mit drauf. Damals war die Waffe, wo sie noch nicht angepasst worden ist. Man sieht den weißen Balken. So war damals mal das Unterhebelgewehr. Mittlerweile ist der Balken deutlich länger. Aber ich bleibe immer noch bei dieser Strategie. Wuchtigen Kolben, mehr Haltbarkeit. Die anderen Sachen kriegt man dann halt auch nochmal oben drauf. Dementsprechend passt das. So, auch damals war ich schon in Richtung Junkie unterwegs. Das heißt Langreichweite ein Zielfernrohr. Damit ich halt mehr Wahrnehmung habe. Und ich fand das Zielfernrohr sowieso mit eins der besten. Dann haben wir noch einen Schalldämpfer drauf. Ja, damit wir Sneaky E-Tags machen können. Gut. Ja, ist jetzt an und für sich nicht viel zu sagen zu der Waffe. Bis auf, wie gesagt, Nostalgie-Waffe. Es geht deutlich besser. Ich könnte ja auch mit einer Blanken spielen. Hätte fast denselben Effekt. Aber halt nicht den Nostalgie-Faktor. Gut. Denn, ähm, ja. Gehen wir einmal kurz auf die Karten ein. Wir haben einmal in Stärke einmal die Reiseapotheke. Camps wiegen 90% weniger. Wie gesagt, viele Simpicks und so ständig immer mit bei. Gewicht reduzieren. Starken Rücken. Meistens. Warum? Weil, naja, ich dann meistens auch ein bisschen eher so ins Farm-Gehege gehen. Dementsprechend mehr Tragkapazität. Wenn ich jetzt wirklich Farmen gehe, heißt das bedeutet, ich nehme jetzt alles mit, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. War ich sonst auch so. Aber ich will halt länger unterwegs sein. Das heißt, ich möchte nicht nach einem Event oder nach einer Ecke sagen müssen, oh, ich muss schon wieder verwerten. Deswegen halt eher starken Rücken. Dann haben wir einmal Gewehrschützen, um den Schaden zu steigern. Profi-Gewehrschützen, um den Schaden zu steigern. Und Meister-Gewehrschütze, um den Schaden zu steigern. Dann haben wir einmal konzentriertes Feuer, um halt Körperteile anzuvisieren. Schwachpunkte in dem Fall sind sehr wichtig. Gerade da ich jetzt auch vierfach spiele, brauche ich halt den Schwachpunkt des Gegners eher im Watz, damit ich da dann halt auch guten Schaden drauf fahren kann. Panzerkiller, um den Rüstung nochmal ein bisschen runter zu reduzieren. Taumeln. Wie gesagt, ich bin nicht der Fan von diesem Taumeln. Ja, es kann jetzt aber auch beim Unterhebegewehr mal sein, dass die Gegner anfangen zu taumeln und es mal hilfreich ist. Ist aber eher so, die Anti-Rüstung, die macht halt deutlich mehr aus. Die 36% Anti-Rüstung, die schmecken halt mehr. Ja, dann haben wir einmal Lebensspender auf Stufe 3 statt auf Stufe 4. Damit ich halt nochmal ein bisschen mehr Gesundheitspunkte habe. Hieb- und Stichfest, damit ich nochmal ein bisschen mehr Energie- und Schadensresistenz dazu kriege. Auch nur auf Stufe 4. Und dann einmal verjüngt, damit ich halt sozusagen nochmal, wenn ich gut genährt und gut hydriert bin, mehr Lebenspunkte, mehr AP-Regeneration. Dann haben wir einmal den Fleischklopfer. Der macht hier sogar sehr viel Sinn. Gerade wenn wir 20 Schuss haben, zieht es halt auch ein bisschen mehr Schaden mit rein. Wunderbar. Dann einmal Nerdwut. Dementsprechend einer und für sich klar. Wir wollen halt nochmal ein bisschen mehr Schadensresistenz, AP-Regeneration und, und, und. Passt. Abriss-Experte. Wir haben eine Explo-Waffe. Dementsprechend wollen wir den Schaden von der Explo-Waffe natürlich ein bisschen steigern. Dementsprechend Abriss-Experte. Batterien enthalten. Bringt jetzt für die Waffe an und für sich nichts. Ist eher für Fusionskerne und Plasmakerne. Die mag ich nicht gerne in der Kiste haben. Dementsprechend, ja, habe ich den halt mit bei. Wiederverwerter, mein Standardskill, um halt nochmal ein bisschen mehr Schrott aus den ganzen Sachen, die ich verwerte, rauszuziehen. Wunderbar. Denn einmal tragbare Power. Wie gesagt, wir sind dann eher so unterwegs mit, ich gehe ein bisschen unterwegs und sammle so viel, wie ich kann. Bedeutet, ich möchte halt nicht beim ersten Power-Rüstungsteil sagen müssen, ich muss es verwerten oder ich muss zum Schredder laufen, damit ich das dann loswerde. Sondern, so kann ich sagen, okay, ich habe ein T-65-Teil gedroppt. Ja, kann ich erstmal mit dem Rucksack lassen. Stört mich nicht so ganz. Dann nochmal eine verdeckte Operation für die Schleichangriffe, damit sie mehr Schaden verursachen. Macht auch relativ viel Sinn. Gebordener, Überlebender, damit ich mir nicht so viel Gedanken machen muss, wenn ich den Mann-Hit kriege. Damit ich dann halt auch gleich das erste Stim-Pack reinkriege. Und auch gleich merke, okay, gut, ich muss jetzt vorsichtiger sein. In Ordnung. Schleichen, damit man mich schwieriger entdecken kann. Peng-Fu, um das nächste Ziel anzuvisieren und nochmal ein bisschen mehr Bono-Schaden jetzt dazu zu kriegen. Adrenalin, um ein bisschen nach jedem Kill Bono-Schaden zu verursachen. Kriegen wir halt prinzipiell nochmal ein bisschen mehr Schaden. Macht auch relativ viel Sinn. Dann haben wir ein mega kritisches Treffer, damit wir im Grid-Bild quasi nochmal ein bisschen mehr Schaden verursachen. Glücklicher Zufall, damit wir ein bisschen Vermeidung haben, da wir ja Blutbefleckt spielen. Haben wir sozusagen nochmal eine kleine Chance zu sagen, okay, hey, wir kriegen den Schaden nicht adaptiv obendrauf. Das Kleeblatt, naja, damit halt eine kleine Chance besteht, den Balken wieder zu füllen. Passt eigentlich auch ganz gut. Klassenfreak und gestärkte Gene für meine Mutationen. Und zu guter Schluss kritischer Durchblick, damit der Balken nicht ganz runterfällt. Ist halt eher so eine kleine Grid-Bild-Mechanik hier. Dann kommen wir zu den Legendären. Wir haben einmal Intelligenz, Ausdauer, Wahrnehmung und Beweglichkeit. Das ist halt so, damit ich die Karten so verteilen kann und die Punkte so erhalte, wie sie in dem Bild vorhanden sind. Dann haben wir einmal Nachwirkungen mit drauf. Nachwirkungen, sehr schöner Sneaky-Perk. Kann man nicht drüber reden. Gerade wenn man irgendwas mit Sneaky spielen möchte, ist Nachwirkungen immer optimal. Weil Schleichangriffe halt für 10 Sekunden nochmal mehr Schaden verursachen. Also da würde ich sogar sagen, Licht. Ahnung für sich. Man kann natürlich auch anders machen. Es geht jetzt nachher auch wieder über Schaden drüber hinaus. Das wird man ja nachher sehen. Es ist jetzt keine Blutbefleckte, es ist jetzt keine Junkie oder ähnliches, die dann halt schon mit Grundschaden kommt. Sondern wirklich eine Vierfache. Vierfach bedeutet, wir haben keinen Schaden auf der Waffe mehr. Ähnlich der Standardwaffe. Deswegen macht Nachwirkungen halt auch sehr viel Sinn. Dann haben wir einmal noch flippige Klamotten. Das kann man ahnung für sich ausklammern. Da kann man auch jeden anderen Perk reinnehmen, den einen eher passt. Bei mir ist es momentan so ein bisschen Giftresistenz mäßig, wo ich dann sage, ich habe Bock auf eine Giftresistenz. Ja, okay. Kann man wie gesagt machen, muss man aber nicht. Gut, dann kommen wir mal kurz zum kleinen Unterhebel. Ja, was macht denn jetzt das Unterhebel so besonders? An und für sich nichts, außer dass ich die Puppen vom letzten noch nicht repariert habe. Dann reparieren wir nochmal kurz. So, wir haben wie gesagt Expo drauf. Man könnte es jetzt auch mit Grenadier spielen. Ist nicht so schlimm. Mache ich jetzt in dem Fall nicht. Es ist aber ein und für sich eine ganz simple Waffe. Macht eigentlich auch recht guten Grundschaden. Gerade Unterhebelgewehr. Und das, was ich halt immer bei den Vierfachwaffen liebe ist, wir haben halt quasi doppelte Munitionskapazität mindestens drin. Wie gesagt, standardweise 5. Jetzt sind wir bei 20. Ist halt, es macht halt Spaß. Nachteil des Ganzen, gerade beim Unterhebelgewehr. Man sieht es, ich muss jede einzelne Kugel selbst nachladen. Kann man sich jetzt streiten. Es ist halt eher gewöhnungsbedürftig. Gerade wenn man jetzt so sagt, okay gut, die nächsten 5 Schüsse müssen sitzen. Wenn man jetzt nur 5 Schüsse nachladen muss. In dem Fall jetzt wäre das jetzt sozusagen die Ausgangsposition. Wir hätten jetzt einen normalen Unterhebel leer geschossen. Fertig. Oder ob man 20 nachlädt. Kontraproduktiv sagt der eine. Der andere sagt, ja ist okay. Dafür habe ich aber davor mehr Schuss. Wie gesagt, ist halt unterschiedlich. So. Ja. Es ist halt nur ein kleines Unterhebelgewehr. Man wird damit jetzt nicht viel reißen können. Jetzt so. Die Perks machen jetzt den meisten und besten Grundschaden aus. Das heißt, wir machen das jetzt mal wie folgt. Wir gehen jetzt einfach mal zu einem Rissstandort. Und nehmen jetzt einfach mal Verbrannte. Denn wir haben ja jetzt auch keine Ultrazit Munition drauf. Das heißt, man hat jetzt eigentlich auch einen recht guten Wert. Um zu schauen, ja was macht das Ding jetzt überhaupt. Und wie geht das jetzt gegenüber ein bisschen dickere Gegner. So. Und man merke, wie gesagt, das ist Ahnung für sich fast nur ein Standard-Unterhebelgewehr. Und es drückt halt trotzdem noch relativ gut was raus. Und wo ist jetzt die Brandpässe hin? Na, ich kriege noch nicht mal einen Zwatz hier. Ich bin heute nicht sehr zieleffin. Ja, ich habe dich schon gefunden und getötet. Na also. Erstmal aufmerksam machen hier. Wie gesagt, es hat nicht viel Grundschaden. Man kann trotzdem noch mal ein bisschen mehr machen. Klar, aber... Wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel gerade Grundschadensteigerung haben möchte, ist Explosiv halt mit on top. Und man hat es gesehen, das Unterhebelgewehr kann auch mal mit einer Brandpässe mithalten. Ohne Probleme. Ohne, dass man jetzt sagen muss, oh, um Gottes Willen. Ich werde jetzt nur noch sterben. Klar, es ist jetzt halt nicht so schnell wie eine Automatikwaffe. Ein Kampfgewehr hätte das Ding schon von längst von oben runter geschossen und hätte gesagt so. Hm. Egal. So, jetzt nehmen wir hier noch mal ganz normale Supermutanten. Wie gesagt, Supermutanten ist ja momentan noch mit eins der, wo man sagt, ja, haben gute Resistenzen. Damit man jetzt auch noch mal einen Vergleichswert hat. Aber da wir ja jetzt grundziell auch mit dem Gewehr dann eher auf einen Schwachpunkt gehen, bei Roboter zum Beispiel immer auf die Kampfsperre oder Wachbordfusionskirn, das macht halt Mords einen Unterschied. Würde ich hier mal kurz die Floater wecken. Aber wir dann halt noch mal wirklich eine Varianz dazwischen haben. Und man sieht eigentlich, oh, wir haben heute in den Challenges gehabt, töte drei Floater. Wunderbar. Somit ist das gerade erfüllt worden. So. Naja, ich bin halt auch nicht wirklich präzise. Wie gesagt, ich spiele das Ganze in einem Junkie-Bild. Von daher muss ich ein bisschen näher ran. Aber der Schaden geht eigentlich grundziell noch mal ganz gut klar. Gerade Gewehrlehrer machen eigentlich sehr viel Schaden. Und das unterhebe Gewehr ist bei den Gewehren von dem Grundschaden her mit ganz weit oben und zieht halt auch gut Schaden rein. Klar, wir machen jetzt das meiste aus dem Stealth raus. Das heißt, durch das Schleichen, durch den Crit, durch die ganzen Multipli-Keyer, die wir drin haben, zieht es halt auch extrem was ab. Aber wie gesagt, ich bin jetzt Junkie. Ich habe jetzt auch kein Wahrnehmungsessen und nichts drin. Man merkt, ich ziele halt sehr häufig auch im Watz schon daneben. Deswegen kommt für mich halt auch noch mal Unterhebel mit Vierfach auch noch mal relativ gut zugute, damit ich halt mal ein paar Schüsse daneben schießen kann. Aber ansonsten, wie gesagt, ist es sehr, sehr angenehm zu spielen. Man könnte es eigentlich fast gleichsetzen mit einem normalen. Wenn man jetzt das Explo wegdenkt, verlieren wir nur ein bisschen Schaden mit dran. Aber ansonsten haut es eigentlich relativ gut rein. Für Massenhorden, ja, geht es auch noch ganz gut, klar. Das Problem ist hier aber da dran, das Nachladen setzt es gleich wieder auf null. Gut, aber dann würde ich sagen, das war es dann von meinem Nostalgie-Unterhebelgewehr. Und wir sehen uns dann in was auch immer hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.